Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Seat Arona. Ein City SUV, das aber vielleicht auch manchem Kleinwagenfahrer gut zu Gesicht stehen würde. Wenn man dieses Auto einmal vergleicht aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung, die beim FR zum Teil schon serienmäßig ist, die es aber auch noch beim FR dazu gibt, die sollte man sich mal angucken und plötzlich ist dieses Auto wesentlich günstiger als ein Kleinwagen. Also gegenüber dem Seat Ibiza ist er ungefähr 1000-1500 Euro teurer. Bei einem Audi A1, da sieht das schon ganz anders aus, da ist dieses Auto besser ausgestattet als der A1 und noch günstiger und das gleiche gilt beim Mini. Hinzu kommt, beim Mini hat er natürlich auch noch einen deutlichen Platzvorteil. Im Mini hinten wirklich zwei Erwachsene unterbringen, hier drin kein Problem. Ja und die Ausstattung, ich habe es eben schon gesagt, hier ist eine Stereoanlage verbaut, vielleicht kann man das in der Kamera sehen, da vorne ist ein kleines B auf dem Lautsprecher, das steht für Beats, das wissen die Experten. Und ja, das kommt aus dem Hause Dr. Dre und ich drehe mal eben dran. Das macht richtig grad auf. Also auch ein Auto, was nicht nur praktisch ist und was auch Preisvorteile hat, sondern wo man wirklich Spaß dran haben kann. Wir sitzen jetzt gerade drin und fahren, aber man muss sich dieses Auto unbedingt von außen angucken. Denn der Seat Arona in der FR-Ausstattung, das ist ein optisches Highlight. Da gibt es eine Menge zu entdecken, wenn man mal vor diesem Auto steht. Ich habe gemerkt, ich habe immer so dieses Gefühl, ich muss das alles mal anfassen, um es wirklich zu begreifen. Ein tolles Auto, was wirklich klasse aussieht, was zumindest für seinen Preis wirklich gut im Vergleich zu allen anderen dasteht und was einfach auch eine Menge Spaß macht zu fahren. Wer also auf der Suche ist nach einem neuen Auto im Bereich Kleinwagen, im Bereich Kompakt-SUV, der sollte sich den Arona unbedingt mal angucken. Und mein Geheimtipp ist, die FR-Variante mal genauer angucken, denn die bietet wirklich viel Spaß und viel Ausstattung fürs Geld. Und mein Geheimtipp ist, die FR-Variante mal angucken.